Mesdames, Messieurs, Bonsoir. Herzlich willkommen zum Start der Tour de France. Et voilà! Das ist eine gemütliche Einkaufstour quer durch Frankreich in Ruppkopfwarenhof. Direkt aus Paris die berühmten Parfums wie z.B. Cabochard, Arpèche, Yves Saint Laurent oder L'Oréal. Pariser Schick und elegant. Der blaue Himmel der Côte d'Azur. Und die Freiheit der Camargue. Das bringt Ihnen die neue Sommermode. Die Warenhaus-Lebensmittelabteilung Ihrem Côte sind wahre Gourmet-Paradise. Et voilà! Tausend und eine Spezialität aus der renommierten Cuisine de France. Tour de France, das ist Savoirvivre aus ganz Frankreich. Die originellen und dekorativen Terrinenformen à la Tradition Française. Ganz spezielles Kochgeschirr aus Kupfer oder aus emaliertem Gosseisen. Und dann natürlich die bekannten Moulinex Elektrohaushaltgeräte. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie mit am Roulette in Ihrem Côte-Fahrenhaus. Achtet Sie auf die Tour de France Prospect und nehmen Sie die beiden Roulette Spielkarten draus. Ein riesen Plausch, den Sie noch gewinnen können. Wenn Sie jetzt das Jackpot-Lose aus Ihrem Prospect in die Tourne werfen, dann haben Sie die Chance auf den Jackpot-Hauptgewinn. Und zwar einen von den 13 Citroën Visa Super E. Komfortabel eingerichtet und komfortabel zu fahren. Mit einem starken, aber sparsamen Vierzylinder-Motor. 1124 Kubik mit Frontangreif. Aber auch an die kleinen Kunstmaler haben wir gedacht. Holt euch in eurem Côte-Warenhaus einen Mallbogen. Und zeigt uns, wie ihr Frankreich seht. Zu gewinnen gibt es 13 Mal eine Woche Herbstferien für vier Personen in der Gammark. Et voilà Madame. Auch das Warenhaus-Restaurant ist jetzt ganz à la Française. Sie sind herzlich eingeladen zu der Tour de France in Ihrem Côte-Warenhaus, einem gemütlichen Einkaufsbummel quer durch Frankreich. Und jetzt schalten wir um in die Studioküche. Sie alle kennen Gurken als Salat. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man Gurken als Beilage zubereitet. Für vier Personen braucht es zwei Salatgurken. Diese werden ungeschält in etwa 2 cm grosse Würfel geschnitten. Und jetzt werden die Würfel in Anken oder Margarinen kurz angedämpft. mit Salz und Dill und Curry gewürzt. Aufrühren und dann zudeckt bei kleiner Hitze ein paar Minuten dünsten lassen. Der saure Halbrahm wird mit dem Maispulver vermischt, beigeben, kurz aufkochen und dann kann man servieren. Am besten eignet sich das feine Gurken-Gemies zu einem Kalbfleisch oder Fisch. Das Rezept ist in der Coop-Zeitung dieser Woche und ich wünsche einen guten. Hier haben wir noch eine Einladung für alle Einwohner von Cham und Umgebung. Morgen Morgen am 8 Uhr wird das Coop-Center Neudorf eröffnet. Doppelt so gross und doppelt so bequem zum Einkaufen. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit hatten. Achtet Sie aber jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Tafel Arnischocchi, Olé, Noisette, Grémont Noisette, Jolidor, Truff oder Praliné für nur 95 Kappen. Zwei paar Landjäger, nur 2,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag ein Frischbach Butterzopf, nur 2,10. 5 kg Vollwäschmittel Dasch, nur 13,90. 1,5 kg Fienwäschmittel Korall, nur 6,90. 4 l Gewäbverräder Komfort, nur 6,50. Bei Coop gibt es jetzt alle Joghurtsorten zu Aktionspreisen. Vollmilch, Teilentrahmt, Fitness-Natur oder Fitness-Diät-Joghurt mit Früchten. Alle Becher an 180 Gramm sind jetzt sehr abgünstiger. Und bei allen Bechern an 500 Gramm sparen Sie jetzt 30 Kappen. In Coop-Center mit Radioraillon kommen Sie jetzt folgende Preisschlager über. Sanyo Radiorekorder für nur 110 Franken. Sanyo Radiorekorder für 98 Franken. Und der Crown Walkman für 99 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen am nächsten Mal. Auf Wiedersehen am nächsten Mal. Auf Wiedersehen am nächsten Mal.